Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich hier heute am Wannsee. Ich werde gleich ein bisschen Fäulen gehen. Ab und zu sind ein paar Schaumkronen da. Ich glaube es reicht. Ich benutze heute wieder mein Nile Pride Aluminium Fäul und mein 133 Liter Futura. Einige von euch fragen sich jetzt vielleicht wie ich mit meinem Futura Fäulen gehen kann. Ich habe mit meinem Vater vor etwa zwei Wochen die normale Turtle Box von meinem Futura zu einer Deep Turtle Box umgebaut, so dass ich meinen Nile Pride Fäul daran benutzen kann. Demnächst wird dazu dann noch mal ein Video kommen, wo ich während einer Diashow erzähle, wie ich diese Deep Turtle Box mit meinem Vater zusammen gebaut habe. Und als Segel werde ich heute mein Natural 66 Fugendorf benutzen. Ich bin fürversichtlich, dass es eine gute Session wird und wir sehen uns dann gleich auf dem Wasser. Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 War ziemlich cool, war halt sehr böig und dann ist es schwierig, das voll durchgehend oben zu halten, aber war trotzdem eine mega coole Session. Ich hoffe, der kleine Action-Partner hat euch gefallen und ja, bis bald.